Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kickstarter und hier sind eure Gastgeber. Die wohl lustigen Zwillingsbrüder von Joko und Klaas, die Musen von Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die Mentorin von Stefan Raab, die Hit-Giganten von Dieter Wohlen und die wahren Schrauts der Gaming-Szene. Live aus den West Coast Studios in Irland begrüßen euch unsere Schaumaster Steffen und Daniel. Da sind wir wieder zurück aus der Pause. Ich habe mir mittlerweile einen kalten Kaffee geholt. Ja, das ist der Wahnsinn. Und ich war auch nochmal auf dem Töpfchen. Diesmal bei der Innentoilette. Diesmal war ich nicht draußen. Die Innentoilette. Die Innentoilette, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Vielen Dank auch für die ganzen Follows, die reinfliegen. Deswegen nochmal zur Info. Wir haben ein Discord, Ausrufezeichen Fragen. Da könnt ihr Fragen stellen. Fragt den Gast. Gleich können wir nicht auf alle eingehen, wenn jetzt auf einmal tausende Fragen reinploppen, aber wir suchen uns die aus. Daher vielen, vielen Dank fürs Mitwirken. Ja, wir sind hier und sprechen über die Urheberrechtsreform Artikel 13 für die Leute, die gerade eingeschaltet haben. Wir haben Stay zu Gast und sprechen hier ein bisschen über auch seine Ansichten und seine Meinung zu dem ganzen Thema, bevor abgestimmt wird. Daniel. Ja, Stay, wir hatten das auch sehr oft, die Politiker sind da immer sehr, ja doch, nee, die Piraten sind da sehr offen in der Meinung, die SPD, die S&D und so, die sind da sehr zurückhaltend. Meine Frage an dich ist, glaubst du, dass, wenn es diesen, ja, dieses Unwort, das Unwort des Jahres ist Uploadfilter, wenn wir diesen Filtermechanismus, der durch Artikel 13 da vielleicht generiert wird, wenn das kommt. Wir haben große Unternehmen, wir hatten das eben auch schon so ein bisschen Namecalling, Amazon und wie die auch alle heißen, vielleicht auch Facebook und Google und bla und blub. Glaubst du, die könnten, ähm, diese Mechanismen, ähm, missbrauchen auch als großen Datenfilter und, weißt du, wie ich meine, also wenn die das zur Verfügung stellen, dass die sich da irgendwie, ich sag das mal blöd, ne Backdoor auflassen oder vielleicht ist die auch schon integriert und ganz offen, dass die da einfach Informationen auch raushauen können, die am Ende des Tages zum Vorteil der Big Player wird? Boah, das, das ist, glaub ich, illegal. Also ich muss gerade, äh, äh, das, ich glaube, das ist illegal, was ihr beschreibt, deswegen sag ich mal nein. Ähm, ich glaube aber, dass, äh, die Großen halt bereits, also ich weiß, dass Facebook wohl schon was hat in der Hinterhand zur Content-Regulierung, YouTube hat Content-ID, äh, der Einzige, der für mich fragwürdig ist halt aufgrund der Position ist Twitch, also Amazon, ähm, aber, äh, also, dass sie eine Backdoor offen haben und dann hinter und rum Daten sammeln, nee, also, puh. Hoffentlich nicht, denn das, äh, halte ich für illegal. In diesem Zusammenhang gerade. Ja, dass sie da, dass sie aus der Regulierung... Lass uns den illegalen Weg auf Seite schieben, lass uns meinen, meinen misslichen Begriff Backdoor auf Seite schieben. Glaubst du, glaubst du grundsätzlich, dass das, wenn die das vielleicht auch als Service, man weiß ja nicht genau, wie es aussieht, wenn die das als Service, weil bei Christian Solmigke hatte ich immer herausgehört, dass jeder Betreiber im Netz sich diesen einzelnen Filter kauft. Ähm, es gibt aber auch, es gibt aber auch Meinungen, die gebildet werden, wo es heißt, ähm, äh, das ist ein, das ist ein Gesamtapparat und da fließen die Seiten durch. Also, glaubst du, glaubst du nicht, da findet ein Informationsfluss statt zu den Großen, der, ähm, ja, am Ende des Tages den Großen in die Hände spielen könnte, obwohl man die ja eigentlich auch so ein bisschen, ja, regulieren will? Ja, du, du regulierst mit dieser, also der, 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 also ich vermute, das ist vielleicht technisches Unverständnis, aber das Letzte, was diese Urheberrechtsreform reguliert ist, sind die Großen, die Großen sind vielleicht aufwandstechnisch. Ich glaub, ich glaub, wie lange arbeitet Google jetzt an, äh, Konten da die? Neun Jahre? Ich glaub, die haben neun, neun Jahre ungefähr an dieser Plattform, an dieser Lösung gearbeitet. Ähm, du wirst sie nicht regulieren. Die haben einen technischen Aufwand, die haben einen personellen Aufwand, einen finanziellen Aufwand, um das zu lösen, aber zu erwarten, dass du die deswegen regulierst, ist genauso wie zu erwarten, dass Google News weiter bestehen bleibt, wenn Artikel 11 durchgeht. Spanien hat's bewiesen, ich glaub, ist das Artikel 11, ich glaub schon, ähm, Spanien hat's bewiesen, dass, äh, die, ähm, diese Klickregulierung, dass, äh, Verlage, äh, Geld bekommen sollen über, über einen Zugang zu Google News, dass Google sagt, aus, tschüss, und gar nichts passiert ist. Und ich denke, dass, ähm, dass, ähm, dass der, dass, dass man glaubt, dass man die Großen dadurch regulieren kann, dass man sagt, jo, äh, jetzt kommt, jetzt kommt der große Urrechtshammer, äh, das ist, äh, naja, das sind halt, das ist technisches Unverständnis, das da mitspielt, glaub ich. Ja, ja. Ich bin dagegen, weil's mehr Aufwand ist und vielleicht auch, weil's gut aussieht, aber, ähm, die sind, äh, klar, die verkaufen das im besten Fall weiter, wenn es denn unter Umständen soweit kommt. Und dann machen die Asche und positionieren sich nur noch stärker am Markt. Ganz klar. Okay. Also, ja. Ich hab noch was Spannendes, wir hatten kurz Artikel 13, dann hatte er, äh, Say hat er gerade 11 angesprochen, ich hab eine Frage zu 12. Ich seh bei dir Gitarren im Background. Keine Ahnung, ob du Musiker bist, ob du schon mal mit einem Label irgendwie zusammen was hattest oder so, aber bei Artikel 12, lass mich da kurz mal, weil es, es werden so viele Artikel zu wenig belichtet, wir hatten eine komplette Sendung zu Artikel 12, ähm, bei Artikel 12. Ja, ähm, heutzutage ist es so, der Musiker hat einen Verleger, macht mit dem Deal, dann verkauft er seine Platten, dann kriegt er davon, keine Ahnung, dann kriegt der Verleger davon, lass mal mal sagen, einen Euro und, äh, dann stellt sich der Musiker irgendwann auf die Bühne, spielt und die Kohle sollte im Normalfall beim Musiker bleiben. Beim Musiker, Vergleich heute, äh, Vergleich bei Artikel 12 wäre, der Verleger hat nicht nur Anspruch an den Rechten des Musikstücks in Zukunft dauerhaft, sondern, wenn der Dud sich auf die Bühne stellt und seinen Job macht, verdient er weiterhin mit da dran. Wie stehst du dazu? Also, was, was sag ich, ich weiß nicht, bist du Musiker und bist du in dem Bereich, äh, tätig? Ja, bist du mit Verlegern unterwegs oder, oder planst du das in Zukunft, oder sagst du, nee, komm, ich mach das über meine Reichweite, alles ist gut, aber wie stehst du dann grundsätzlich dazu, dass Verleger dauerhaft in Zukunft Anspruch an dem, an dem, an dem, an dem, an dem Werk haben und auch dauerhaft an dem Musiker mitverdienen? Dembezüglich auf dieses Werk dann? Ah, ich bin nicht so, also Artikel 12 ist, glaub ich, ähm, das Einzige, was, worauf ich mich jetzt beziehen kann, ist, ich glaube, das war das Video, was ich dazu gesehen hab, zu Simplissimus, äh, Simplissimus, der hat, glaub ich, ein sehr informatives Video dazu gemacht, ich bin mir aktuell aber nicht sicher. Ja, es gibt auch nicht so viel zu Artikel 12. Es ist halt, es ist sehr, es ist, das ist, das ist halt auch, es ist halt sehr viel Umfang, ich, äh, würde dann jetzt eher eingestehen, dass ich mich damit nicht genug auskenne, als dass ich da eine Position mitziehen kann, ähm, um das vielleicht mal zu erklären, ich mach ein bisschen Mucke, aber ich hab mit Verwertungsgesellschaften und Verlagen nichts am Hut, ich bin nicht bei der GEMA, äh, mir ist das voll Latte. Du machst aber Raps, oder? Kann das sein? Ja. Ja, aber das ist alles, ähm, du kennst immer die Twitch-Streamer alle, also ich kenn seinen Namen, aber ich kenn jetzt nicht alles, aber pass auf, eine Frage, äh, stay trotzdem, äh, grund, sagen wir, ich hab grundsätzlich recht, okay, mit meiner Aussage, wie würdest du denn dazu stehen, wenn ich dir das, also erzähle, wenn ich dich fragen würde, einfach so, ey, stay, wie sieht's aus, was hältst du davon, dass Verleger zukünftig, ähm, ähm, daran dauerhaft mitverdienen, also wie, wie siehst du das, findest du, das ist in Ordnung, stärkt das wirklich die Künstler, weil das hört sich doch nach einer Stärkung der Verleger an und nicht der Künstler, und wir reden doch die ganze Zeit davon, dass Content-Kreatoren und Künstler zukünftig irgendwie da einen Profit haben oder gestärkt werden. Ich seh das bei Artikel 5 nicht so, ja? Ich, äh, wie gesagt, ich hab die nicht gelesen und ich berufe mich immer, also ich versuche mir, also auch wenn ich dir glaube, dass das eventuell so ist, würde ich die Mutmaßung jetzt erstmal unkommentiert lassen, wenn, 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 ich, ich, ich hab keine, ich kann keine Position dazu beziehen, wenn ich nicht drin bin. Okay. Deswegen, äh, ich, wenn ich's mir angucken kann und ich klar weiß, wie das aussieht, dann, äh, kann ich dazu was sagen, aber so ist es mehr so ein, wenn das so wäre, wie du sagst, klingt das erstmal kritisch, aber werden da individuelle Verträge gemacht, gibt es da irgendwelche, äh, gibt es da irgendwelche Grenzen für und hat der Verlag dafür zusätzliche Bindung, also hat er zufällig auch zusätzliche Aufgaben. Da soll es auch sehr viel Spielraum geben. Das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, deswegen lasse ich, würde ich es unkommentiert lassen. Okay, okay. Dann, äh, gehen wir nochmal zurück auf, äh, wir haben, äh, erwähnt Überwachungstool, Datensammelfilter. Was noch ganz spannend, ähm, dazukommt, ist die EU-Terrorschutzverordnung, welche, äh, den Uploadfilter ja ergänzen soll. Ähm, wie denkst du darüber, verdächtigt das, also diese EU-Terrorschutzverordnung, es ist keine Reform, es ist eine Verordnung, dazu gesagt, verdächtigt die dann nicht jeden Bürger im Internet? Ähm, die Terrorschutzverordnung wurde, glaube ich, im September 2018 bereits abgelehnt, äh, weil sie die Meinungsfreiheit einschränkt. Das ist korrekt. Äh, sie hat, äh, in der Form, in der sie existiert hat, auch klar, ähm, meinungseinschränkende Situationen gehabt. Sie hat aber auch in der Form, in der sie wieder vorgelegt wurde, ich glaube, sie ist noch nicht durch, da wird irgendwie, das kommt ja dann, das baut ja darauf auf. Ja, ist noch nicht durch. Ähm, hat sie wieder Meinungseinschränkungen und ich gehe jetzt ganz einfach mal davon aus, dass es unter Umständen möglich ist, dass sie wieder nicht durchkommen wird. Ähm, denn in dieser Formulierung steht drin, ich zitiere, ich beziehe mich jetzt mal auf die Aussagen von Herr Solmecke, der dazu ein informatives Video gemacht hat, äh, da steht auch wieder drin, dass es unter Umständen kaum so sein kann, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Und immer wenn das irgendwo drin steht und auch Herr Voss hat das im Rahmen seiner Erklärung zu, zu Artikel 13 und den Filtern gemacht, dann sehe ich das fragwürdig im Zuge einer kompletten, des, des Durchwinkens auf, äh, politischer Ebene bis ganz zum Schluss. Zumindest besteht immer die Gefahr, dass man dann sagt, Alter, ihr könnt die, könnt die Meinungsfreiheit nicht einschränken. Es geht, es kann nicht sein, es kann eventuell nicht sein, darum, ähm, I don't know. Ja, aber der Generalverdacht wäre da und ich glaube, die Formulierung sagt ja auch, dass Plattformen sehr viel Verantwortung diesbezüglich haben. Ich finde es total, ich finde es total, ähm, illusionär, äh, der Plattform unentgeltlich diese Bürde zu geben und da werden ja teilweise Reaktionszeiten bis zu einer, bis unter einer Stunde abgefragt. Ja, ja, absolut. Es ist ja, es ist ja absolut irrsinnig, äh, da irgendwie, da irgendwie was zu erwarten, deswegen, ähm. Ja, und es betrifft, ich glaube, es betrifft auch jeden Hosting-Dienstleister, das heißt, wir reden wirklich schon von jeder möglichen Kommentarfunktion. Und ich hatte Christian Solmecke letzte Woche irgendwie gefragt, wie ist das denn, wenn ich sage, keine Ahnung, also ein trocken dummes Beispiel, aber ich habe, was filtert der genau, worauf schlägt der an, ja? Ähm, und wenn ich dann sage, ey, bin gerade in Washington hier beim Trump-Konzert, Bombenstimmung, ja, schlägt der dann schon Alarm, weißt du, wie ich meine? So, das ist halt, ist halt, ist, 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 ist schwierig. Und dann ist man in diesem Fluss drin, ja, weil da kommt man ja irgendwie nicht mehr raus. Ich glaube aber auch, gehört zu haben, ach, das ist wieder, es ist halt ein sehr umfassendes Thema, ne? Ich bin definitiv. Kein Rechtsspezialist, der dann in irgendeiner Form, ich glaube aber auch, dass das, dass eine Behörde in dieser Form nicht existiert. Die diese Massen an Informationen, die da zur Verfügung gestellt werden können, in irgendeiner Form rechtzeitig abarbeiten kann. Also, wir reden hier von einer, also wenn wir davon reden, dass jede Plattform, jeder Hostingdienst europaweit das zur Verfügung stellen soll, reden wir auch davon, dass das irgendeine Agentur, ein Bundesamt europaweit, ähm, abarbeitet. Also, wer ist denn dann der Zuständige? Wie viel Mitarbeiter braucht es, um das zu lösen? Mhm. Diese, diese Reaktionszeit, ähm, in, in, äh, zu definieren, wer, wer sieht das denn durch? Wie, da kann man ja, da kann man ja die Arbeitslosenquote ins Minus treiben. Also, das ist ja, wie viel, wen würdest du denn da alles einstellen? Wie viele Leute sollen das denn bearbeiten? Mhm. Deswegen, ja, das steht vielleicht auf dem Papier so da, dass das gemacht werden soll, aber wie viele Beamte sollen das tatsächlich umsetzen? Holy Moly. Ja, es werden Arbeitsplätze geschaffen, ist doch gut. Man hat, ich glaube, einige spezielle Fragen sind da ja auch an Axel Voss gestellt worden. Und das ist immer sehr, die Antwort ist halt immer sehr zurückhaltend. Zurückhaltend, ja. Aber ich habe dazu ja auch nochmal, weißt du, äh, das, das gleiche ist ja auch beim, 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 beim Artikel 13. Also, wie viel Mitarbeiter bräuchte YouTube? Ich glaube, usergenerierter Content pro Minute sind 300 Stunden Videocontent, habe ich irgendwo mal gehört oder auch? 400, glaube ich sogar. Ja, so, wer, wer soll das schaffen, wenn wir sagen, 10% davon fallen nachher hinten runter? 10% davon müssten überprüft werden, ja? Ähm, wer soll das leisten? Und das wäre ja auch ähnlich, würde Twitch da drunter fallen, auch bei Twitch? Also, weiß ich, weißt du, das ist ja, das ist ja gar nicht möglich. Also, das ist ja, war. Ja, es ist, ähm, es wurde aber auch schon, äh, gesagt, ich glaube, das wurde auch gut klargestellt, ähm, äh, äh, manuell ist das nicht umzusetzen. Es muss eine technische Lösung geben, eine technische Inhaltsregulierung, für YouTube gibt es das bereits und für Streaming kann es das nicht geben, faktisch. Es kann keine technische, es kann zu diesem Zeitpunkt mit Ablauf dieser, also selbst wenn die entsteht, es ist, es ist, es ist, ich sehe keine technische Umsetzung, so. Und, ähm, man kann Experten fragen, man kann alles mögliche sagen, ich glaube, Rezo, äh, hat das auch immer mal ganz gut gesagt, der hat irgendwie einen Master in Informatik. Er sieht, er sieht einfach keine technische Lösung, wie auch immer. Ähm, Stey, glaubst du, dass, ähm, wenn wir ein bisschen weiter über das Thema gehen, das ist sehr umfangreich und sehr facettenreich, wir kratzen überall so ein bisschen dran rum, das ist klar. Ja, aber, ähm, wenn du, wenn du dir Politik und wenn du dir die aktuelle Urheberrechtsreform anschaust, ähm, denkst du manchmal darüber nach, dass, ähm, große, große Lobbyverbände, Lobbyisten massiven Einfluss auf die Politik ausüben und siehst du manchmal besorgniserregende, äh, Doppelbesetzungen von Politikern, lass uns, glaube ich, Axel Voss nehmen, ich mache eine vorsichtige, vorsichtige, ähm, äh, so einen vorsichtigen Informationsvorsitzenden. Ich glaube, Axel Voss sitzt irgendwo, ist irgendwo im erweiterten, im erweiterten Maße bei der GEMA auch mit vertreten oder verknüpft. Siehst du da irgendwie, also glaubst du, das ist, da sind manche Dinge, manche Dinge dann doch nicht nur, nicht nur, ähm, nicht nur, ähm, nicht nur, komm, komm, lass uns jetzt hier eine Runde rumspinnen und draufpöbeln, sondern sagst du, okay, vielleicht ist da manchmal auch ein bisschen wahrer Gehalt dran? Also, in der modernen Geschichte der Menschheit ist immer Lobbyismus betrieben worden, Leute, äh, das aktuellste Beispiel ist, äh, was in den Staaten los ist mit der, mit, mit, mit Trump so, natürlich, es wird immer schon Lobbyismus betrieben, große Firmen haben immer einen Fuß in der Tür, was die Politik angeht, große Firmen sorgen immer schon dafür, dass ihre Interessen politisch vertreten werden, überall, ähm, das ist nichts Neues, das ist jetzt auch wieder so, ähm, ich finde es nur, ich finde es amüsant, ich finde es fast witzig, also ich lache, wenn ich daran, wenn ich darüber nachdenke, wie stümperhaft es hier versucht wird, beispielsweise, wenn ich Artikel der, der Welt lese von Mickey Moser, in denen nicht da klar deklariert wird, dass der Vorstandsvorsitzender des Kontrollgremiums der GEMA ist, wenn ich Artikel von, äh, von der FAZ lese, wo Heribert Hilton, Zusammenarbeit mit dem Aluhutträger Rieker, glaube ich, ähm, äh, versucht irgendwie den Solmicke zu denunzieren, auf Basis von der, macht da Lobbyarbeit, das ist, du kannst dir das mittlerweile fast gar nicht mehr ausdenken, wie stümperhaft diese Vorgehensweisen sind, des Auftretens der Akteure aus diesem, aus dieser Branche, dass man, dass ich mich ganz entspannt zurücklesen kann, lesen kann, und wenn, es gab auch einer, wieder ein Artikel der, der FAZ, wo spekulativ darüber gesprochen wurde, dass YouTuber dafür bezahlt wurden, die, äh, Promokampagne der Gegner der Artikel 13 nach vorne zu bringen, und die gesamte Argumentationsrichtlinie, wenn man den liest, ist so absurd, dass man fast davon reden kann, dass das ein konstruierter Diskreditierungsprozess ist, der da ganz klar von irgendwem gesteuert werden muss, und, dass Rezo mit Anwälten, mit Gesprächen gedroht wird, von wegen, ja, äh, kannst du schon mal den Anwalt einschalten, und so, da, 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 da fährst du dir an den Kopf, das sind für mich, aus meiner Wahrnehmung, wir reden hier nicht von der Bild-Zeitung oder so, Es ist total surreal, dass wir hier von, dass, dass ich, dass meiner Wahrnehmung nach diese renommierten, äh, äh, Zeitschriften so krass, äh, so krass agieren, das ist, vielleicht bin ich da auch naiv, ich meine, eine gewisse Navivität hab ich mir dann wahrscheinlich erhalten, aber das ist ja Wahnsinn, da muss ich schon ein bisschen lachen. Und, äh, warum, weißt du, jetzt, ich bring mal, ich bring jetzt mal, äh, manche würden sagen, ja, das Beispiel ist jetzt irgendwie passt nicht, aber ich mach's, weißt du, es gibt, äh, auf Twitch, auf der Plattform Twitch gibt es, äh, kritische, äh, Streamer, die sich kritisch mit Content auseinandersetzen, und dann brennt auch mal ne Hütte, ja, und jeder springt drauf, und auf der anderen Seite lese ich auf Social Media, dass der Axel Springer Verlag, ähm, das ist öffentlich, der Justizministerium, dem Justizministerium, der Frau Barley, so ein bisschen Druck ausübt, ja, und das ist öffentlich, ja, und sagt, ey, pass mal auf, hier, guck mal, das ist die Richtung, also da wird öffentlich, nicht nur irgendwie Lobbyismus versteckt, sondern öffentlich Lobbyismus betrieben, und alle nicken mit dem Kopf und schreiben, Entschuldigung, ich mach das jetzt, jetzt mach ich das provokativ, jetzt krieg ich gleich Ärger von rechts, aber schreiben dann, Hashtag, nie mehr CDU, anstatt sich mit diesem Thema zu befassen, weil das ist doch unser Problem, oder da seh ich ein Problem, was, was, was läuft falsch, wie können wir das anders machen, meine Frage, wie würdest du das anders machen, wie, Ja, was würde ich anders machen? Der Umgang, die Leute zu sensibilisieren, dass wir sagen, okay, wir haben hier, wir haben hier ein Problem, hier liegt öffentlich auf der Hand, so, keine Ahnung, der Axel Springer Verlag drückt gegen Frau Barley, macht dort, betreibt dort wahrscheinlich durch diesen Druck, weil die brauchen die demnächst für den nächsten Wahlkampf, die Frau Barley möchte, glaube ich, ins EU-Pokument, ne, das heißt, die Frau Barley braucht definitiv die Presse, weil da geht's um Wählerstimmen, ja, ähm, definitiv. So, das heißt, ähm, da findet Einfluss statt, juckt aber, beschäftigt sich keiner mit, also, man beschäftigt sich aber damit definitiv, hier, nie mehr CDU, raus, 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 oder der Streamer hat wieder den vernichtet, ja, ähm, das ist, das ist etwas, das greifen wir auf, aber solche Informationen greifen wir nicht auf, und dadurch entstehen Dinge, die wir heute haben. Ähm, weißt du, haben wir als Mensch, äh, haben wir, haben wir die Wähler da draußen, nicht irgendwie die, die Chance da, bewusst die richtigen Dinge zu greifen, wir kriegen diese Informationen doch, und daraus was zu machen, uns Verhör zu schaffen. Ja, aber das ist ein gesellschaftliches Problem, das ist ja jetzt nicht nur so in diesem Zusammenhang zu sehen, sondern, ähm, grundsätzlich, äh, ist, dass aktuell werden ja so Nachrichten gemacht, der schnellste gewinnt, so werden ja Nachrichten gemacht. Absolut. So werden Informationen verteilt. Und, niemanden interessiert einen faktisch aufgearbeiteten Artikel mit quellenbasiertem, sachlichem Zugang zu, zu Informationen, das interessiert keinen Schwanz mehr. Äh, die Leute interessiert, ähm, 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 Mich schon. Ja, nee, ja, das ehrt dich, das ehrt uns, aber, niemand interessiert das, das ist trocken, das ist eventuell langweilig, und deswegen, wird halt, wird halt, wird, wird das halt eventuell anders, äh, ist das halt gar nicht mehr relevant. Mhm. So, und deswegen verändern sich Medien in dieser Hinsicht mit, ja, Medien entwickeln sich mit. Bild-Zeitung war schon immer ein bisschen fragwürdig, aber der Rest ist jetzt auch fragwürdig, so, es ist halt, es ist, es entwickelt sich irgendwie mit. Ja. Ähm, es gibt Leute, die auf Fakten basieren, es ist auch immer wieder das, ich glaube, das schönste Gefühl ist es, einen auf Fakten basierenden Enthüllungskommentar, Beitrag, Artikel zu lesen, der irgendetwas demontiert. Und das ist etwas, was ich mir, was ich mir für 2019 auch gesetzt habe, ich dachte, Alter, eigentlich ist es so geil, Leute nicht anzugreifen, sondern denen die Möglichkeit zu geben, ihren Blödsinn zu erzählen, und ihn dann einfach zu demontieren. Weil das, das ist unterhaltsam und es ist unweigerlich, also es ist unausweichlich. Du kannst dem Ganzen nicht irgendwie aus dem Weg gehen und sagen, ja, ich ziehe mich, ich törtel mich ein, weil du hast mich angegriffen, sondern, dass, ich hoffe, dass das auch mehr zurückkommt. Aber aktuell ist der, der als erstes schnell aus der Hüfte schießt bei einem neuen, bei einer neuen Bewegung mit einem, mit einem catchigen Phrase, der Typ, der gewinnt. Und in dem Fall war es Hashtag nie mit CDU. Ja, wenn wir darüber reden, mit solchen Hashtags und wer das alles macht, und es gibt ja Macher da draußen und es gibt Leute, die reden. Deswegen, ich glaube, das ist eine gute Überleitung. Dodo Supreme, ich lese das so vor, wir wollen ja hier nichts zensieren, ja, sonst haben wir hier auch bald einen Filter drin. Dodo Supreme, er fragt, eine Frage an beide Seiten. Kannst du jetzt mal aufhören, den Arizona-Kram da zu trinken? Ja, wir kriegen da kein Geld. Wir haben das hier nicht in Irland. Und außerdem kriegen wir dafür kein Geld. Ich würde jetzt auch gerne an dieser Dose schlecken. Ach, Mann, ey. Ja, jetzt bin ich raus. Nee, schick uns mal mit. Ja, schick uns mal mit. Dodo Supreme, die eine Frage wurde schon beantwortet, die haben wir schon aufgeriffen. Deswegen, eine Frage an beide Seiten, auch an uns, Daniel. Okay. Ja, weil wir auch vielleicht in zwei verschiedenen Ländern leben. Macht ihr denn was dagegen, um eventuell den Artikel 13 zu stoppen, beziehungsweise zu ändern? Es ist wichtig, dass Leute was dagegen tun und nicht nur reden. Leider habe ich von Stay bisher nichts anderes gesehen als Gerede oder, er steht Gehate, gegen irgendwelche Personen. Er meint halt die Kritik an diese Person. Klar, manche Leute mit dem Hype ihr Geld Musikvideos. Ehrlich, aber sorry, sorry, was ist denn jetzt los? Klar machen Leute mit dem Hype ihr Geld Musikvideos in Klammern. Trotzdem ist es wichtig, etwas dafür zu tun. Ja, die Frage, machen wir was dagegen? Stay in deine Richtung, machst du etwas dagegen? Also du hast gesagt, du gehst auch auf eine Demo? Hä? Ich verstehe die Frage nicht. Die Aussage ist, dass man nur redet. Ja. Ich mache mal ein paar Vergleiche. Was macht denn ein Herr Newstime? Redet der nur? Was macht denn ein Herr, äh, was macht denn Simon Will? Redet der nur? Was soll man denn tun außer reden? Soll ich kämpfen? Irgendwen hauen? Jetzt zieh mal deine Kettenhemder an. Was macht denn, was macht denn, was ist denn, was, werden, wen denunziert Herr Newstime nicht? Das ist, also diese, ist eine ambitionierte Frage, ist, das ist dieser Free Content, den ich mir normalerweise nehmen würde. Soll ich es schreiben? Deswegen habe ich ihn gestellt. Ich habe einen Stream, der mit 157.000 Followern und average 2700 Zuschauern täglich dazu angehalten wird, sich kritisch mit diesem Thema auseinanderzuhalten. Ich nutze meine Reichweite aktiv schon immer mit kritischen Themen und werde auch dieses Mal und habe auch dieses Mal nicht irgendeine Umschiffung gewählt und bin am 23.03. sogar selbst, obwohl ich gegen die Bewegung, wie sie agiert, auf einer Demo bin. Was? Das ist, dass sich die Eier zu haben und ich klopfe mir nicht, jetzt lasse mal das Schulterklopfen mit, die Eier zu haben und sich gegen diese Bewegung zu stellen, die kontinuierlich auf Basis von Pfostes Scheiße, CDU ist Scheiße, die stinken, die machen reißerische Reden, die sogar die, das kannst du dir nicht vorstellen, auf diesen, das letzte Mal in Köln wurde auf der, äh, wurde auf der, äh, wurde auf der Bühne, äh, äh, wer hat sie verraten, die Sozialdemokraten gebrüllt? Auf der Bühne! Wir, wir in Köln sind immer schon so ein bisschen einfacher gewesen. Und, und da kannst du, da kannst du, da, 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 da kannst, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber ich möchte, say, ganz kurz, ich hab auch letztens, muss ich dir ehrlich sagen, ich hab mir auch irgendwas angeschaut, ich weiß nicht mehr, wo das war bei irgendeinem Twitch-Streamer, ich hab da auch eine Dame gesehen, die war schon ein bisschen reifer, die hat eine echt sehr schwungvolle Rede gehalten. Also ich möchte auch sagen, es gibt auch manchmal wirklich Blüten, ja, also wirklich. Von den Piraten, ja, die war, äh, die Frau haben, äh, das war eine, die hat so Artikel 12, glaub ich, was gesagt, ne? Ja, das ist korrekt, das ist korrekt, ja. Äh, das hab ich auch herausgehoben auf, weil man sowas herausheben muss. Ja. Man muss die Positiven herausheben, man muss die Sachen, die sich strukturiert, sachlich mit solchen Argumenten auseinandersetzen, herausheben. Und das tun wir auch, die Piraten-Manu war das, glaub ich, auf Twitter. Da gibt's einen Tweet, als ich das gesehen hab, hab ich sie in den Himmel gehoben, weil das, auch wenn das erstmal nicht, ähm, von mir sofort auf Fakten überprüft werden konnte, eine nachvollziehbare Rede, die sich ganz klar mit der Thematik auseinandergesetzt hat und das sehr gut dargestellt hat. Und deswegen, ähm, ja, das, auch das muss man herausheben. Aber man muss genauso herausheben, wenn da Blödsinn gemacht wird. Ja. Aber lass uns kurz zu der Frage zurückkommen, wie hieß der Junge Mann? Äh, äh, Dodo Supreme D. Vielleicht darf ich auch was dazu sagen, nämlich, ich finde nämlich auch reden und informieren ist auch machen. Also man muss nicht unbedingt, ich finde die Demonstrationen super, also nicht falsch verstehen, da gibt's auch sehr viele. Ähm, aber ich finde, informieren ist genauso machen. Und, äh, dass Leute vielleicht auch zum Anregen, ähm, also zum, zum Denken an, 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 anzuregen. Ja, ich finde das genauso, dass man da was macht. Also man muss nicht irgendwie, wie Stay gesagt hat, man muss nicht irgendwie mit dem Säbel irgendwie rausgehen und dafür kämpfen. Ja. Und Freiheitskämpfer irgendwie spielen. Ähm, das würde ich auch gerne sagen wollen. Ja. Also ich möchte mich da in der Form wirklich, muss ich sagen, äh, zu 100 Prozent anschließend an beidern, Steffen und Stay. Ähm, wir sitzen ja hier und Stay macht es genau, Stay macht es anders. Wir sitzen hier, ähm, wir haben, wir beschäftigen uns mit der Thematik. Wir kriegen hier pro Sendung, heute war es ein bisschen knapper, weil alles spontan war, aber ihr wisst das grundsätzlich, keine Ahnung, wir haben hier mit der Redaktion pro Sendung irgendwie 30, 40 Seiten ausgearbeitet, beschäftigen uns mit der Thematik und informieren, haben gute Gäste aus Politik, die kriegen Fragen gestellt, äh, und man versucht zu informieren. Was ist deine Sicht der Dinge? Findest du, das ist korrekt? Findest du, das ist korrekt? Also wir reden ja darüber und Stay macht es genauso, er greift sich die Thematiken, ähm, ähm, das, das unterstelle ich jetzt einfach mal, das habe ich herausgehört, greift sich die Thematiken, kritisiert, wir haben das heute schon festgestellt, er ist, äh, ja, er ist Kritiker und, äh, kritisiert und hinterfragt und dadurch informiert er ja gleichzeitig. Also das ist, und das betrifft bei uns, wir machen das vielleicht vom Stil her ein bisschen anders, aber ja doch, ja, ich habe das Gefühl, dass wir was tun, ich möchte die Frage direkt beantworten. Ja, ich habe sehr wohl das Gefühl, dass wir was tun, weil wir sitzen hier, beschäftigen uns mit der Thematik, stellen diese Diskussion, diese Debatte oder diesen Informationsfluss einer breiten Masse zur Verfügung und jeder kann da draußen hingehen und kann darüber nachdenken, sich eine Meinung bilden, sich motiviert fühlen, sich demotiviert fühlen, demotiviert fühlen und daraus was machen. Ja, also definitiv. Ja. Ja. Äh, ich glaube, ich habe Dodo Supreme gesagt, ich war ein bisschen deutsch-englisch, wenn man im englischen Sprachstuhlern lernt, ich glaube, Dodo Supreme. Egal, ähm, ich hoffe, das beantwortet die Frage, wie wir die Ansicht, ich glaube, wir haben alle drei dieselbe Ansicht. Da schon, also ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir aber beim Reden sind, also wir haben ja vorhin angeschnitten, wir haben Herrn Newstime auch kurzfristig gestern angefragt, ähm, und für die Sendung heute eingeladen. Vielleicht kommt ja irgendwann noch was zustande. Ähm, Stay, du hast gesagt, ähm, wenn Herr Newstime kommt, wäre ich vielleicht auch gerne da. Äh, was sind deine Beweggründe, in die Unterhaltung mit Herrn Newstime zu gehen? Und, Entschuldigung, Herr Newstime, wegen dir kriegen wir keine 5000 Subs geschenkt. Danke, ja. Ne, Quatsch, los geht's. Das war ein Scherzbeider, los geht's. Ich muss tief einatmen jetzt, ja, weil das eine sehr lange Antwort wird. Okay. Ist okay, wir haben Zeit. Ich hab selber ein Schuss. Ich mach's mal relativ einfach. Es ist halt auf der einen Seite ein gewisser Widerspruch und auf der anderen Seite ein bisschen die Art und Weise, wie das gemacht wird. Ähm, und auf der anderen Seite, und auf der nächsten ist es, wie man mit Kritik umgeht. Erstens, ist es vollkommen okay, sich für was einzusetzen. Und es ist vollkommen okay, leidenschaftlich für etwas einzutreten. Wenn man aber an einem Punkt ist, an dem man bewusst, ich kann es nur noch entweder bewusst oder unbewusst, aufgrund von Naivität oder Blödheit, falsche Informationen regelmäßig ins Internet ballert, dann muss ich, dann stelle ich halt die Frage, ist das eine bewusste Entscheidung in diesem Zusammenhang oder ist das einfach nur Blödheit? Ist das Propaganda, Populismus, was ist das? Es wurden so oft, dass du kannst jedes Video nehmen, tatsächlich, faktisch. Du kannst jedes Video nehmen und kannst zu einem großen Teil da Blödsinn sagen. Denn das Letzte, was ich gesehen habe, und ich gucke mir immer noch jedes an, weil ich mich mit dem Content auseinandersetzen will und dieser Person eine Chance gebe, ihre Position klar zu machen und zu sagen, ja, das sehe ich auch so und das sehe ich nicht so. Und das kommt auch noch vor. Aber zu einem großen Teil ist es halt Blödsinn. Das letzte Video hat darauf aufgebaut, dass Herr Voss das Internet verbieten wollte. Dass Herr Voss die Dezentralisierung des Internets fordert. Und jeder, der eins und eins zusammensetzen kann, weiß, hä, das Internet ist dezentral. Was redest du da? Das stimmt, ja. Und dann guckt man in den Kommentarbereich und dann sitzen alle da mit einem Daumen nach oben und niemand ist reflektiert genug zu sagen, hä, was redest du eigentlich für eine Gülle? Der hat nicht gesagt, dass er das YouTube verbietet. Der hat auch nicht gesagt, dass er das Internet verbietet. Der hat die Frage gestellt, ob es eine Plattform geben soll, die usergenerierten Content unreguliert ins Internet stellt und da sich daran bereichert. Ja, das stimmt. Das ist fragwürdig. Ganz klar. Da kann man sagen, hey, das ist eine kritische Position. Das sollte man in Frage stellen. Aber ihm dann auch zuzudichten, dass er das Internet verbietet und noch mehr, dann wird es halt schon, dann wird es reißerisch und dann kann man auch das Wort Hetze benutzen. Denn das ist das, was dem, was Herr Voss da entgegenwirkt. Das hat nichts mehr mit einer sachlichen Debatte zu tun. Und es ist egal. Es wäre egal tatsächlich, was der sagt. Das würde immer zerrissen werden. Und ich habe auch eine kritische Haltung bezüglich der Thematiken, die er trifft, weil er sich nicht, weil er technisch nicht auf der Höhe ist, um sie zu verarbeiten. Der weiß halt technisch nicht, was irgendwie geht und was nicht geht, was man ihm vorwerfen kann. Aber das auf dieser Ebene zu machen und da immer wieder anzugreifen, das ist halt, das ist halt irrsinnig. Das ist halt einfach irrsinnig. Herr Voss hat nicht gesagt, dass alle Bots sind. Herr Voss hat auch nicht gesagt, dass er, dass, äh, dass irgendwelcher Spam, äh, ähm, dass das alles Fake ist. Das hat der Voss nie gesagt. Das wird ihm aber zugerechnet, weil diese populistische, populistische Videoverbreitung, unter anderem von Herrn Newstime, einfach nicht, nicht mehr klares Denken fördert. Da geht es einfach nur noch um ganz klare Position beziehen und dieses Hashtag nie mehr CDU. Und mit jedem Hashtag wird die Sachlichkeit aus dieser Diskussion gesaugt. Dies einfach, wird einfach rausgesaugt. Und das kann man ihm vorwerfen. Was aber dann nochmal zu einem zusätzlichen Vorwurf führt, ist, dass sobald Kritik aufstößt, ausgeschlossen wird. Und das ist was sehr Interessantes. Fallbeispiel Behind, der einen Tweet gemacht hat, wo darauf hingewiesen wird, dass Hass, Zensur und Meinungsmache nur noch zur Popularisierung der jeweiligen Einzelakteure führt. Ja. Diese Diskussion, dieser Diskussion wurde, ich zitiere, von Herrn Newstime, das macht er nur, weil er mich hasst und mach es doch besser, aus dem Weg gegangen. Öffentlich, auf Twitter. Das kannst du dir nicht ausdenken. Darf ich dich was fragen zu diesem, zu diesem Tweet? Wir haben hier abends in der Redaktion gesessen, Steffen und ich, und haben dazu die Live-Übertragung der Twins gesehen. Der ist ja eingeblendet worden. Dieser Tweet wurde eingeblendet. Und in dieser Runde saß Herr Newstime. Null thematisiert. Ich will dich was fragen. Glaubst du, das wurde bewusst? Also ich, wir haben hier gesessen. Ich will dir was sagen, ganz ehrlich. Wir wollen uns in kein Position oder kein Licht rücken. Wir haben gestern ein bisschen Späßchen gemacht über die Twins. Es tut uns leid da draußen, aber das war halt einfach angebracht. War Satire, come on. War Satire, man. Come on. Keine Entschuldigung, war Satire. Aber wir haben gesagt, diese Frage, hätten wir diese Möglichkeit gehabt? Diese Frage hätte ich so lange auf Newstime stehen gelassen, bis er hätte geantwortet oder gegangen wäre. Das ist mir egal. Aber glaubst du, das wurde bewusst nicht gemacht? Oder warum schließt man diesen Tweet vor? Sollte das eine Headline, ein Einleiter sein und dann geht's weiter? Oder weißt du, wie ich meine? Ich hab das nicht verstanden. Ich hab es auch nicht verstanden und hab's auch in Frage gestellt. An dem Punkt hätte man, so wie ihr sagt, nämlich einfach sagen können, okay, wir haben die GEMA dafür kritisiert. Denn da war ein Vertreter da, der sich geäußert hat und gesagt hat, ihr habt recht, da wurden Fehler von uns gemacht. Wir sehen diese Fehler und wir sind bereit, in der Debatte darüber zu reden. In der nächsten Talkrunde hätte man genauso fair und genauso offen darüber reden müssen, was auf der Gegend, auf der anderen Seite für Fehler gemacht wurden. Denn da werden genauso populistische Regler gedreht. Und dass dieser Tweet vorgelesen wurde, ich hab diesen Tweet gelesen, hab in die Hände geklatscht, dachte, ja, genau diesen Tweet brauchen wir. Aber der wurde vorgelesen und dann wurde der vergessen und der saß in der Runde. Der muss sich richtig awkward vorgekommen sein. Ich versuch mich da nur einzublechen, da hat er die Muster auf dem Teppich gezählt. Was hat er gedacht, als das vorgelesen wurde? War sofort klar, hat die Regie gleich durchgegeben, halt, stopp, abbrechen, das können wir so nicht machen, weil der hat den geblockt deswegen, das lässt uns schlecht dastehen. Was ist der Gedankengang dahinter? Und das kann man vorwerfen. Hast du eine Antwort auf die Frage, die du gerade gestellt hast? Was der Gedankengang, also warum man das nicht gemacht hat? Kannst du dir das ableiten, erklären oder sagst du, das war ... Ja, ich, für mich, entweder haben sie, waren sie, haben sie nicht drüber nachgedacht oder es kam irgendein, es gab sofort einen nächsten Tweet oder wer weiß, was da loskam. Es kam ein nächster Tweet dann, ja, ich glaub schon. Ja, ich glaub auch. Oder, oder sie, sie haben halt einfach gemerkt, dass das eventuell dazu führt, dass der Typ sagt, äh, Behind hasst mich halt und das, äh, dass sie so weit gedacht haben und gedacht haben, okay, wir können das nicht machen, weil wenn der mehr als 15 Sätze aneinandersetzen muss, dann wird's halt, äh, schwierig. Ja. Ähm, deswegen, ich weiß es nicht. Ich, 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 ich würd sie gern, ich würd gerne wissen, wieso. Ich weiß, dass man dazu keine Antwort kriegen wird, aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, Anfrage ist raus an Herrn Newstime. Ich weiß nicht, ob er jetzt nach der Aussage noch vorbeikommt. Nein, Quatsch. Also, wir, 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 wir würden ihn gern selbst dazu befragen, was er gedacht hat. Vielleicht, vielleicht, vielleicht mal Anfrage an die Twins raus. Ähm, pass auf, äh, noch, ich hab noch eine, ich hab da noch eine Frage. Hast, hast du, hast du das, die, das Interview von den Twins, also die Gesamtsituation verfolgt, also die Sendung? Ich hab das komplett gesehen, ja. Du hast komplett gesehen, okay. Ich hab eine Frage. Wir reden hier gerade auch über, äh, ja, wir haben gerade den Namen Herrn Newstime genommen, haben gesagt, sehr offensiv, der geht nach draußen, ähm, ähm, äh, da brennen auch mal Scheunen. Ich sag das mal in unserem heutigen, äh, Sendungssprachjargon. Ja. So, pass auf, ähm, in der Sendung hatte ich das Gefühl, dass, ähm, da eine völlig andere Person saß und ich hatte nicht das Gefühl, dass da, äh, hatte ich das alleine? Das ist wirklich eine, eine ehrliche Frage. Also, ich war ja auf deiner Seite. Du, 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 du hast den ja, du, du hast den ja anscheinend so ein bisschen auch im Fokus. Wie hast du die Rolle eingeschätzt und warum kam, also ich hatte das Gefühl, ich hatte sowieso das Gefühl, ich hätte, aber das ist nur eine Meinungssache, ich hätte die Runde ein bisschen anders besetzt, weißt du, ich hätte mir Herrn Solmecke bei der Politikerin gewünscht, ja, ähm, wobei, wobei, ähm, der, der Musiker, der, wie heißt der, Rezo, 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 das super gemacht hat, äh, eine super Nummer, also die Fragen waren ja, ähm, der Herr Muzaral, der kann nichts dafür da, der, der alte Musiker, den haben sie da hingesetzt, äh, der wusste, glaube ich, gar nicht, was auf ihn zukam. Setz dich da mal hin, ja. Setz dich da mal hin, war mit. Ich, ich, ich glaube auch da wieder Lobbyismus, weil der gehört da indirekt, äh, zu irgendeiner Produktionsgesellschaft, das hat einfach gepasst gerade, da hat man keine Ahnung, Dieter Bohlen wollte, nicht, so, äh, so, nee, aber meine ernste Frage ist, zu der Sache zurück, der, ähm, das, was man kennt von Herrn Newstime, so wie man das gerade draußen, äh, mitbekommt und das, was du ja auch kritisierst, das blieb so ein bisschen, blieb so ein bisschen aus und, äh, ich hatte sogar einmal kurz das Gefühl, in einer Situation ruderte er zurück, weil er sagte, ich will jetzt bitte, ich hab das, leider das Zitat nicht aufgeschrieben, aber er sagte irgendwie, dass, ähm, ja, äh, ja, also, glaube ich, so ein bisschen Tunnelblick, Autobahn oder so, irgendwie sowas in die Richtung, dass er da vielleicht dann auch so ein bisschen, äh, geradezu sehr raushämmert. Äh, äh, ich hoffe, ich hab das richtig wiedergegeben, äh, was ist, was ist da passiert? Glaubst du, der rudert zurück? Glaubst du, der nimmt vielleicht doch auch deine Kritik indirekt wahr? Oder, oder sagst du ... Der nimmt meine Kritik nicht wahr, weil er mich auf Twitter blockiert hat. Ja, vielleicht gibt's Herrn Newstime-Account 2. Ja, aber ich geh nicht davon aus, äh, das, was er schreibt, sagt nicht, dass er Kritik wahrnimmt, ehrlich gesagt. Okay. Wenn er Kritik wahrnimmt, denkt er, das ist ein persönlicher Angriff auf seine, auf seine, dass es Hass ist, Zorn, ein persönlicher Disput. Dann frag ich dich, glaubst du, dass das Verhalten in dieser Sendung, äh, ich hatte das Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass er verhalten war in der Sendung, glaubst du, das könnte vielleicht auch auf Unwissenheit basieren mit der ganzen Thematik? Ja, das wär ja sehr, sehr früh kommen, aber ich glaube, es basiert einfach an der Tatsache, auf der Tatsache, dass es ein neues Szenario ist, das muss man jedem, ähm, jeden zurechnen, auch Rezo war sehr aufgeregt. Absolut. Das ist ein, das ist ein Debatten-Szenario, da ist es nicht einfach so, dass eine Kamera auf dich zugerichtet, äh, gerichtet ist und dann, ähm, kannst du blabbeln und dann schneidest du es danach zusammen, das ist was ganz, ganz anderes Thema. Absolut. Darum funktionieren ja YouTuber auch nicht live. Wenn du YouTuber live siehst, dann kannst du zu 99% sagen, was ist das für eine Scheiße, warum funktioniert das nicht? Ja, weil das halt ein anderes Business ist. Live zu reden und sich sofort auf Reaktionen einzustellen, ist was komplett anderes. Da kannst du nicht einfach schneiden. Das wird ein großes Thema sein und natürlich auch, dass man nicht die Zeit hat, äh, also Zeit war ja auch nicht da, das waren 50, 45 Minuten pro Debatte und, ähm, ich fand, ich finde es aber gut. Warum finde ich das gut? Weil ich die Angst hatte, je mehr der Typ redet, desto fahrlässer, desto kritischer wird das für die Bewegung. Okay. Auf sachlicher Ebene. Ich hab gesagt, Gott sei Dank hat er nur vier Sätze gesagt. Ich saß da wirklich, hab gesagt, dass, ich finde es sehr gut, dass Rezo uns so fantastisch vertreten hat. Hat er ja. Rezo hat die, Rezo hat EU-Richtlinien-Zitate gebracht. Der hat die Politiker und Frau Trüppel, die nochmal zu kritisieren ist, weil sie in dieser Debatte die verfickten Anschläge aus Neuseeland thematisiert hat, der hat sie eingekerkert und hat sie auch mal festgenagelt. Hat auch mal eine Antwort erwartet. Hat gesagt, nein, das steht so nicht drin. Hat den Herrn, den Herrn, äh, Pianisten von Harald Schmidt sogar nochmal aufgeklärt. Wenn Rezo da nicht da gewesen wäre, wäre was wahrscheinlich das Clusterfax-Szenario aus einem Paralleluniversum geworden. Und dafür ist der in den Himmel zu loben. Ja. Denn ohne ihn in dieser Debatte wäre das abgestürzt. Denn wenn die grüne Abgeordnete dort, die Frau Trüppel, glaube ich, heißt sie, weiter hätte sich selbst darstellen können, dass sie 15 Jahre im EU-Parlament ist und dass sie so lange mit Urhebern arbeitet, dann wäre das Ganze wahrscheinlich noch in die komplette... Und wenn denn Herr Newstime noch mehr von Memes geredet hätte, dann wäre ich aus dem Stuhl gefallen. Und darum ist hervorzuheben, dass Gott sei Dank gibt's Rezo. Ehrlich. Sehr gut. Lass mich so... Ich hab was zu... Ganz schnell. Ich hab was zu den... Das fällt mir aus. Ganz schnell bei dir? Ja, ganz schnell bei mir. Ich hab eine Frage zu den Memes. Weil ich hab das Gefühl, wenn man sich das anschaut, den ganzen Content anschaut, jedes Video anschaut, egal wo man reinschaut, es geht immer sehr viel um die Memes. Wir haben ein ganz anderes Problem als die Memes. Hier geht's ja wirklich darum, dass... Wie kann man einen Livestream... Gefallen Livestream-Plattformen darunter? Wie soll der Livestream abgetastet werden? Es geht nicht nur um YouTube-Videos. Das ist halt immer alles sehr einseitig. Also wir haben auch hier, glaube ich, gefühlt einen sehr starken Lobbyismus, wenn's um die Gegenbewegung geht, ja? Ich hab... Ich will was fragen. Warum glaubst du... Oder warum sind... Ich glaub, das Meme ist vielleicht ein Stück weit auch losgetreten worden durch Axel Voss. Ich glaub, der hat mal irgendwie was gesagt mit Memes, ja? Aber warum... Warum... Warum argumentieren auch viele der Kritiker nur noch mit... Also warum wird dann nur noch mit Memes argumentiert? Warum geht's in der Argumentation immer um Memes? Ich glaube, weil es ein sehr leicht verständliches... Ein sehr leicht verständlicher Anker ist. Wenn du den Leuten klarmachen willst, was passiert mit dieser Urheberrechtsreform eigentlich? Und das ist ja gar nicht so verkehrt. Kannst du denen das leicht an dem Meme-Beispiel machen? Du kannst nämlich sagen... Kennst du dieses Herr-der-Ringe-Bild, wo Boromir da sitzt und sagt, one does not simply... Blablabla... Dieses Bild... Das ist aus einem... Das ist ein Bild aus einem Film. Und dieser Film ist abfotografiert und dann wird ein Text drunter geschrieben. Und das... Im Sinnbildlichen ist das das Meme. Und es wird argumentiert, an diesem Problem kann man ganz klar erkennen, dass Upload-Filter eventuell nicht in der Lage sind, den Unterschied zwischen einem Live-Film, einem Bild aus urheberrechtlich geschützten Bild eines Films und dieser Parodie, dieser Satire zu erkennen. Darum ist das Meme-Argument ja gar nicht so schlecht. Mhm. Aber es wird halt nie so erklärt. Sonst wird gesagt, Meme sind verboten. Sondern, nee, es kann eventuell... Das hat auch Rezo sehr gut gemacht. Es kann eventuell zu technischen Problemen kommen in der Umsetzung, dass die Zensur eines von Humor und Parodie und Satire stattfindet, weil das System gar nicht erkennen kann, ist das jetzt eine Kopie? Oder ist das nur ein Bild? Also, wie ist die... Das ist nicht eindeutig. Und deswegen kann man dieses Argument durchaus gelten lassen. Ich verstehe auch, wieso das gemacht wird. Okay. Okay. Wir haben immer das Beispiel, weißt du, wir haben zum Beispiel einen Producer-Contract hier mit Alexander Lehmann. Der hat ein schönes Video über den Upload-Filter auf YouTube veröffentlicht, ja? Wie funktioniert der überhaupt? Und ich frage mich immer, warum erklärt man das anhand diesen Beispiels? Wir kriegen morgens um 8 Uhr hier die Genehmigung, ihr dürft dieses Video verwenden. Wir verwenden das Video um 9 Uhr unserer Live-Sendung und spielen das ein. Wie soll der Filter zukünftig wissen, dass Alexander Lehmann uns eine Stunde vor Sendungsbeginn das okay gegeben hat, so, weißt du? Wie soll das in Zukunft funktionieren? Weil ich... Ja, ich... Weißt du, ja? Ja, das ist richtig. Das wäre eine Hürde. Absolut. Und ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, die Politiker können eher damit umgehen, anstatt mit... Mit Memes. Mit Memes, so, weil viele sind da einfach überfordert, ja? Wir haben ja auch viele Politiker, wenn wir denen sagen, wir... Keine Ahnung, könntet ihr uns... Habt ihr Bock, via Discord dazuzukommen? Dann sagen die, via was? Ja. Wir nehmen Skype, sagen wir dann. Dann sagen wir immer, okay, wir nehmen Skype. Ja. Ja. Okay. Wir waren bei den Beweggründen. Ja. Warum du... Willst du das nochmal kurz zusammenfassen? Weil das war ja, wie du schon gesagt hast, eine sehr lange Antwort. Beweggründe mit Herrn Newstime zusammenzukommen. Ähm... Oh Gott, jetzt... Kannst du die Originalfrage nochmal irgendwo ansteigen? Also, wir hatten ihn ja eingeladen. Du hast gesagt, jo, ich komme. Wenn er kommt, komme ich auch. Du bist heute trotzdem hier. Warum... Was sind die Beweggründe, dass du mit Herrn Newstime ins Gespräch, in Dialog gehen möchtest? Weil ich nicht... Weil ich nicht glaube, dass er so blind ist und das nicht sieht. Ich glaube, dass man ihn mit einer intelligenten Frage durchaus entlocken kann, dass er versteht, er gibt es zum Teil auch zu, dass es hier nicht mehr um eine objektive Berichterstattung geht, sondern um reißerische Selbstdarstellung im Zusammenhang dieser Debatte. Und ich denke, dass wenn man clever genug ist, mich in einen Raum mit ihm zu bekommen, dass... Und er zuhört, dass man relativ schnell... Dass man das relativ schnell entlarven könnte. Deswegen war ich... Als ich Blut geleckt habe, bin ich den Weg gegangen, den ich gegangen bin. Dazu möchte man aber auch sagen, ich habe persönlich überhaupt nichts. Ich habe überhaupt nichts gegen diese Personen. Mir ist das voll egal. Mir ist es so egal, auf persönlicher Ebene kenne ich ihn nicht und möchte... Warum? Was soll das? Hier geht es um die Internetpersönlichkeit und die dazugehörigen Kommentare. Deswegen muss man das vielleicht auch nochmal klarstellen. Vielleicht erreicht man ja auch so etwas, dass man sagt, ja, vielleicht lasse ich das mit nie mehr CDU vielleicht mal. Vielleicht höre ich mal auf, Herr Voss ständig als Hauptakteur dieser dramatischen Situation immer wieder ins Rampenlicht zu zerren. Wenn er doch nachweislich nicht für alles verantwortlich ist, was in diesem Zusammenhang immer genannt wird, mit Bots und Fake und Mob. So, das ist halt... Das sind Sachen, die man eventuell sogar noch erreichen kann. Ich kann es aktuell nicht mehr erreichen, weil ich auf allen Kanälen geblockt bin. Tatsächlich. Ja, ich möchte in diesem Zusammenhang auch sagen, ich war der Erste behind. Ich war der Erste. Können wir das mal klippen und rausjagen in die Welt? Ja, danke. Nee, aber wie gesagt, ich glaube auch vielleicht... Ich finde es aber auch wichtig, dass man dann die Gegenseite natürlich auch von News... Herr Newstime dann... Also es wird ja ein Dialog stattfinden und nicht irgendwie, ich brenne dich an in dem Dialog. Ähm, das... Also das ist ganz wichtig, dass vielleicht eine Person... Das heißt, ich zünde dich an. Ich zünde dich an. Abgesehen davon, sollten wir Herr Newstime nicht in unsere Sendung bekommen. Gibt es sonst vielleicht noch jemanden, mit dem du gerne in den Dialog gehen würdest? Bezüglich dieses Thema. Bezüglich dieses Thema. Oh, Heribert Hirte. Oh. Das war großartig. Heribert Hirte wäre wundervoll. Du hast in der Tat Kontakt zum Sekretär von Heribert Hirte. Und der... Also möchte ich ja sagen, Stay, die sind im Dialog. Steffen und Heribert Hirtes, Generalsekretär, sind im regen E-Mail-Austausch. Okay. Also ich bin... Also wenn ihr mir hier irgendeinen Europaparlamentabgeordneten hinsetzen könnt, von mir aus setzt mir die Trüppel hier hin. Dann komme ich gerne nochmal wieder. Ich schreibe gerne mal Timo Wilken. Rudi, mit Schwein. Du hast bestimmte Personen im Blick, ja. Ja, eigentlich nicht bestimmte, aber die... Es ist halt sehr einfach, die Regelakteure, Herr Hirte und Frau Reda, die auch keine kritische Haltung dazu haben, sondern einfach nur pro... Also die sind halt auch in der Gegenbewegung. Ich will mit jemandem zu sprechen. Es stellt sich schwierig dar, man merkt das, mit jemandem zu sprechen, der wirklich für diese Verordnung ist. Und der sich dafür auch einsetzt. Obwohl es immer wieder so dargestellt wird, das wären das tausende Leute, überall gibt's die. Es ist sehr schwierig, die zu finden. Ja, das ist korrekt. Obwohl man unglaublich viel Reichweite hat. Und wenn das nicht bezahlte Juristen der GEMA sind, es wird's halt generell schwierig. Was hältst du denn davon? Wir haben das hier in der Sendung auch besprochen und vielleicht auch ein Stück weit kritisiert. Was hältst du denn davon, wenn so eine Demo... Das ist meine... Ich tituliere das mal so, wie ich das gesagt habe. Wenn eine Demo für das freie Internet missbraucht wird, um sie vor der Parteizentrale der CDU zu platzieren. So habe ich das für mich interpretiert, das sind meine Worte. Was hältst du davon? Oder sagst du, ist doch okay, lass die doch ihre Meinung da vor der CDU-Parteizentrale äußern. Ja, sie können das machen. Das ist ja kein Problem. Wenn dann natürlich ein Herr Christa Krachten kommt, der sich da drauf stellt und fasst, diese Unpersonen von denen, die sollten die Demokratie und so. Dann wird's schwierig. Dann wird's etwas schwierig. Aber ansonsten können die das noch machen. Das ist angemeldet. Polizisten waren, glaube ich, bei der Letzten da, die dann einfach das reguliert haben. Der Veranstalter war vor Ort, der das Ganze auch klargemacht hat, dass es nicht instrumentalisiert werden soll. Aber glaubst du vielleicht ein Movement, so ein Movement durch die City und dann landen wir irgendwo, keine Ahnung. Landen wir irgendwo in Berlin, was weiß ich wo. Hat mehr Außenwirkung, mehr Potenzial, als da irgendwie nur vor der Parteizentrale sich hinzuhocken? Ich glaube, eine große Menschenansammlung ist immer potenziell krass. Also es ist egal, wie das passiert. Okay. Ich denke, wenn du eine große Traube von Personen hast, Hunderte, vielleicht Tausende, dann ist das immer eindrucksvoll. Okay. Ich möchte doch mal kurz auf die Gäste zurückkommen. Vielleicht auch noch zu sagen, wir haben Manfred Weber angefragt. Also vor der Abstimmung schwierig, aber eventuell nach der Abstimmung. Wir sind dran, wie gesagt, an verschiedenen Namen. Das sind solche Namen, die wir auch angeschrieben haben und im Kontakt bleiben. Absolut, ja. Das wollte ich nur noch mal einwerfen. Okay. Genau. Ja. Ja. Wir sind echt durchgekommen. Wir haben alles so in dem Sinn. Hast du noch eine Frage, die du reinwerfen möchtest zum Ende? Ich glaube, es ist wie gesagt ein sehr komplexes Thema und man kann überall, wir könnten glaube ich bis 18 Uhr hier sitzen und da immer noch mal irgendwo was aufwübeln und dann finden wir auch irgendwie was. Ich würde, was ich auf jeden Fall machen würde, ich würde gerne, ich würde gerne stay zum Ende dieses Interviews, dieses Gesprächs, das Wort übergeben wollen vielleicht. Und ja, hier auf, ja, den Leuten und Menschen, die gerade zuschauen, vielleicht möchte noch was los werden. Vielleicht möchte auch was los sein an Newstime oder an wen auch immer, ich weiß es nicht. Was möchtest du den Leuten auf den Weg geben? Nutz den Kanal. Im schlimmsten Fall werden die Würfel gerollt und wir sind für 20 Stunden weg. Ach nee, dann darfst du auch nicht mehr. Also es bleibt eigentlich schlussendlich nur noch eins zu sagen, was relativ eindeutig ist. Twitch Prime ist kostenlos. Das haben wir schon von deinem Kollegen Dizzy gelernt, ja, wir sollen da mehr drauf eingehen, sag ich. Ja, dann möchte ich mich auf jeden Fall bedanken, dass du so kurzfristig und spontan zu uns in die Sendung gekommen bist, dich vorgestellt hast, vielleicht auch die Leute, die nicht von Anfang an dabei gewesen sind, guckt euch das VOD an, sehr spannende Sachen am Anfang. Dann haben wir über die Urheberrechtsreform. Wie am Anfang? Das willst du sagen, Mitte und Ende waren jetzt irgendwie unwichtig oder was? Nein, da wollte ich ja jetzt drauf hinaus. Ach so, okay. Dann sind wir auf die Urheberrechtsreform, Artikel 13, wir haben überall Uploadfilter, wir haben über verschiedene Personen auch gesprochen, über verschiedene Formate. Vielen, vielen Dank, Stay an dieser Stelle von mir, dass du ja bei uns warst und gerne wieder. Also ja, vielleicht auch, wir sagen das immer, aber das ist wie gesagt kein Gerede. Vielleicht auch irgendwann vor Ort hier in Irland, wenn man vielleicht auch mal abschalten will. Ja, die Nu hat gesagt, die hätte dich schon eingeladen und sie hat gesagt, wir sollen das bitte nochmal tun, ja, wir sollen dich einladen, ja. Ja. So, ja. Nein, akzeptiert sie nicht, hat sie gesagt. Darf ich am Ende diese Frage stellen, die sie heute Morgen mit auf den Weg gegeben hat? Ja. Soll ich es machen? Du hast das schon, ja. Stay, sie hat die Frage. Sie traut sich nicht. Sie traut sich nicht. Eigentlich traut die sich nicht. Ja, eigentlich schon. Aber warum fragt, pass auf, sie hat gefragt, Stay, ob man auf einem deutschen GTA Roleplay-Server, ja, der vielleicht in deiner Gewalt liegt, auch eine deutsch-engliche Geheimagentin spielen darf. Ich habe keine Entscheidungskraft darüber. Ich habe aktuell keinen funktionierenden Server. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, wo man sich bemerken muss. Das ist eine sehr politische Antwort jetzt. Politisch, politisch, ja. So lassen wir da stehen. Nutzt die offiziellen Kanäle, die dir zur Verfügung stellen. Steht. Okay, ich habe schon Danke gesagt. Du auch nochmal. Ja, vielen Dank. Vor allen Dingen wollte ich den Leuten nochmal sagen, wie das habe ich bei Dizzy auch schon gesagt, keine Ahnung, geht auf die Leute zu und achtet nicht immer so. Nuschka hat gestern für die Sendung auch einen sehr geilen Vorschlag gemacht, blendet mal irgendwie die Zuschauerzahlen aus, keine Ahnung. Klebt die zu oder macht auf Twitch mal so eine Aktion, einen Monat keine Zuschauerzahlen. Und sprecht einfach die Leute an, weil ihr die Menschen ansprechen wollt und nicht irgendwie, weil ihr auf Zahlen achtet und sagt, ja, keine Ahnung, da kommt eh nix oder so. Und bleibt respektvoll. Geht auf die Leute zu, seid respektvoll. Und ich glaube, ich glaube, ja, da kommt man mit Menschen zusammen, wo man es vielleicht nicht vermutet hätte. Wir sind aber nach der Pause nochmal da. Wir sind nochmal da und wir entlassen Stay. Ich bin einfach weg. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bis gleich heute. Bis gleich heute. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020